Leg den Hund! Was? Du hast im Bett gelegen. Nicht gelegen. Legen, liegen, wo ist der Unterschied? Du legst Eier. Du liegst im Bett. Ich nehme an, du bist kein Vogel, oder? Ist du jetzt die Geschichte hören, oder nicht? Die Sprache richtig zu können ist wichtig. Warum magst du ständig auf jedermanns Grammatik holen? Weil ich an die Erhaltung der Reinheit unserer wunderschönen Sprache glaube. Wird mir nicht der Barbarkeit verfallen? Dann erzähl ich die Geschichte eben nicht. Ich sag dir nur, wenn wir... Halt die Klappe!